Über Jahrzehnte wusste ich nicht, was für ein Spiel ich reviewen sollte. Doch dann fand ich diese Urkunde. Ein Artefakt aus längst vergangener Zeit. Ein Diplom, das heute noch Wahnwert hat. Und deshalb... Seelof macht Hunger. Hoho, hey. Willkommen bei ALDE4GAMES, mein Name ist Max und heute geht es um das Review von Autos bauen mit Willi Werkel. Aus der berüchtigten Serie Irgendwas bauen mit Willi Werkel. Insider nennen es auch den einzig wahren Simulator. Und ein Spiel, das mit dieser Fehlermeldung startet, muss einfach gut sein. Kinderkram. Nach dieser epischen Intro werden wir gleich weitergeleitet zu einem Fenster, bei dem wir unseren Namen eingeben können. Dieser Name wird natürlich sofort zum Pädophil-Netzwerk Pädos.com weitergeleitet. Nachdem wir das alles eingegeben haben, startet auch schon die extrem epische Intro. Er holt mit seinem Boxer Buffer am Waldrand hinterm See an einem Steilhang. Dort, wo der Weg zu Ende ist. Willi Werkel sammelt alte Sachen, Maschinenteile und allen Krimskrams. Eines Tages beschließt Willi Werkel ein Auto zu bauen. Er will an das andere Ende des Weges fahren, um zu sehen... Was will man mehr als eine Straße, die einfach ins Wasser führt? ...ein Ende hat, denkt Willi, muss er auch am anderen Ende eins haben. Und schon füllen wir uns in unsere Werkstatt. Tja, aber wer braucht schon Bremsen? In dem Spiel geht es vermutlich darum, die sogenannten Müllquests zu lösen. Und, tja, den wirklichen Sinn davon kennt eigentlich niemand. Auf jeden Fall holen wir uns aus dem Garten des Nachbarn verschiedene Teile. Und, naja, die bauen wir dann zu einem Auto zusammen. Und das ist vermutlich das Schwierigste an dem ganzen Spiel. Nicht etwa, weil es schwierig ist, Sachen zusammenzubauen. Nein, sondern weil er mit seinen Kommentaren so nervt. Ganz anständiges Stück Arbeit. Wenn wir uns dann aber ohne jede Individualität ein Auto zusammengebaut haben, können wir endlich damit losdüsen. Hey, wo ist mein Auto hin? Ich will nicht Matchbox-Auto fahren. Man beachte den Tacho, der bis 130 geht. Und so düsen wir dann ohne Bremsen durch die Landschaft. Ich kenn ein Lied, das geht jedem auf die Nerven. Jeben auf die Nerven. Jeben auf die Nerven. Ich kenn ein Lied, das geht jedem auf die Nerven. Ich kenn ein Lied, das geht jedem auf die Nerven. Jeben auf die Nerven. Jeben auf die Nerven. Ich kenn ein Lied, das geht jedem auf die Nerven. Schwere Autos können ein paar Tonnen wiegen. Tja, da ist die Brücke zusammengebrochen. Hä? Du bringst eine Brücke zum Einstürzen und fährst dann einfach weiter? Ich vermute, das Spiel war eigentlich die Inspiration zu Second Life. Man kann nämlich Leute besuchen und die stehen dann auch noch auf einem, wobei im echten Leben niemand auf Willi stehen würde. Hier ist Villa Mia. Hier wohnt die Mia Minardi. Mia Minardi ist die Lehrerin des Dorfes. Ich glaub, sie ist ein bisschen in Willi verliebt. Aber er scheint das nicht zu merken. Wie schön, dass du kommst, Willi. Mieze ist wieder auf dem Baum geklettert. Kannst du sie runterholen? Naja, ich hab wohl nicht die richtigen Sachen dabei. Aber vielleicht kann ich mein Auto umbauen, dann komm ich wieder. Sprach's und stieg wieder in das Auto ein. Natürlich, wir lassen die Katze da jetzt fünf Jahre hängen, bis wir ein Auto mit einer Drehleiter oder so haben. Und damit sind wir schon fast am Ende. Man kann natürlich noch Teile besorgen und rumfahren und neue Autos bauen und bessere Autos bauen und dann kann man weiterfahren. Aber ich hatte keine Lust dazu und deswegen viel Spaß mit dem Typen. Noah ist Fia wieder abgehauen. Hast du sie gesehen? Nee, ich hab deinen Hund nicht gesehen.